Frage mich ja, müsste er eigentlich demnächst kommen noch? Was müsste es denn noch in der Stage geben, sonst würde es nicht hinkommen. So. Oder ich bin einfach doof. Hat man ja auch schon oft erlebt. Ha! Das ist ein Mistpiel! Haha! Bomb! Bombs? You want it? It's yours, my friend! Ah, das seht ihr. Wenn man vom Teufel spricht. Ähm, ich sehe gerade nichts. Da. Bebescho! Ja! Und ich glaube, man kann sich schon denken, was man jetzt bekommt. Yeah, weiter Bomben kombinieren! szer eternus. Super Saiyajin-Dragon Ball Z-Sounds einfügen bitte. Ah, wunderschön! Eisbombe wurde erstellt! Diese Bombe fliert Wasserstrahlen ein. Sehr toll wie ich finde. Ist eine echt gute, die ist echt gut. Gut, jetzt haben wir noch eine dritte Bombe, nämlich die Eisbombe. Und die friert echt Sachen ein. Die ist auch cool. Die macht Spaß. Und ich kann mich damit schön selber in die Luft jagen. Ich hab gedacht, ich wäre aus Reichweite, aber naja. Ich werde die jetzt mal ein bisschen nehmen. Einfach so. Ach. Hallo, Herr Walross. Wie geht es Ihnen denn heute? So, ähm. Ähm, das kann ich nicht bewegen? Okay. Muss ich das hier drüber bewegen? Ach so, ich weiß, da wäre ein Penguin. Ich sehe hier nichts. Das ist das Problem. Ah, verstehe. Ich muss also hier freie Bahn für Marzipan. So. Nein, das lässt du schön bleiben. Mein Penguin ist erfreund. Hallo, Herr Walross. Ist Ihnen auch danach zu sterben? Tun Sie sich keinen Zwang an. Jetzt steige ich mit fast voller Energie in den Bosskampf. Sehr gut. Blöp, blöp. Ha, ha, ha. Gut. Jetzt kommt ein Boss, wo ich ehrlich gesagt noch keinen Plan habe, wie ich ihn besiegen soll. Big Boo Grube. Legen wir einfach erstmal los und dann schauen wir weiter. Weil, ich habe den bislang, glaube ich, erst einmal in meinem Leben besiegt und ich habe seitdem vergessen, wie er ging. Gut. Was müssen wir tun? Wir müssen erstmal das Schiff hier versenken. Erstmal ein bisschen Selbstauffahrung. Und jetzt habe ich echt vergessen, wie ich das mal musste. Ich glaube, wir müssten jetzt da oben die Kanone zerstören, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie. Nehmen wir mal Andler, vielleicht hätten wir mit dem ja noch was sein. Fuck. Das Gute ist ja, das Einzige, was jetzt noch schießt, ist diese Kanone auf dem Dach. Und die kann sogar die Pinguine zerstören. Das Problem dabei... Nee, ich kriege die da nicht hoch. Ähm, wie habe ich das sonst immer gemacht? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ich glaube, ich habe immer Marienil benommen. Benommen, ja. Benutzt, aber... Den habe ich ja nicht mehr. Ah, genau, so. Man muss das so da hochkriegen. Genau, geschafft. Gut. Damit haben wir das Schiff versenkt, aber das war noch nicht der Boss. Das war noch lange nicht der Boss. Leider. Schön wär's. Jetzt kommt der richtige, das richtig abgenervte Viech. Was mich auch richtig abnervt. hosnachepsis. Jetzt kommt das so, dass ich mich in healing muss.